Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7181 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist 5.12 Uhr. Wir müssen jetzt endlich etwas tun. Es ist 5.12 Uhr. Wir müssen jetzt endlich etwas tun. Ich habe diese Kamera von meinen Großeltern geerbt. Ich habe diese Kamera von meinen Großeltern geerbt. Ich habe diese Kamera von meinen Großeltern geerbt. Ich habe diese Pfeffermühle in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Ich habe diese Pfeffermühle in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Kannst du den Frosch im Teich finden? Er versteckt sich geschickt unter den Seerosenblättern. Kannst du den Frosch im Teich finden? Er versteckt sich geschickt unter den Seerosenblättern. Kannst du den Frosch im Teich finden? Er versteckt sich geschickt unter den Seerosenblättern. Die Bücher sehen gebraucht aus. Irgendwo wird dieser Weg schon hinführen. Man kann die Spuren der Fahrzeuge sehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.